Hallo Leute, na was geht ab? Willkommen heute hier zurück zu einem weiteren Video. Hi, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und, meine Damen und Herren, es haben sich ja sehr, sehr viele Leute wieder in den Kommentaren gewünscht, dass wir eine neue Reaction machen auf TikTok plus Minecraft ist gleich Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist super cool. Und nein, okay, ich gebe es zu, es hat sich eigentlich gar keiner gewünscht, sondern ich habe einfach keine anderen Ideen und deswegen machen wir das hier heute. Aber darüber wird nicht gesprochen. Wir machen heute ein tolles Video. Haha, yeah. Leute, ich habe Bock, ihr habt Bock und ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum. Lasst super gerne ein Like hier und ich glaube, ich werde dieses Video auch TikTok plus Minecraft ist gleich Punkt, Punkt, Punkt nennen. Das ist, glaube ich, ein richtig nicer Titel. Deswegen, falls ich das Video so genannt habe, dann liked dieses Video. Und natürlich, Leute, abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt, denn wir haben bald 900.000 Abonnenten. Es fehlen, glaube ich, nur noch 1.000 Subs oder sowas und das kriegen wir locker easy hin. Deswegen, subbt jetzt sofort rein. Ihr werdet es nicht bereuen und ich würde sagen, let's go ab mit dem. Video, Freunde, ich habe Bock. So, okay. Wir haben hier Top 3 Geräusche made by Minecraft Mobs. Also, das heißt, Top 3 der Geräusche, die von Minecraft Mobs gemacht werden. Let's go. Top 3 Noises made by Minecraft Mobs. Number 1, Enderman. Enderman. Nummer 2, Kate. Was? Guck mal sein Gesicht an. Und einfach, guck mal. Der sieht irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schlecht ist das bitte? Es tut mir leid. Es ging nicht mal los, das Video, aber es ist zu witzig. Wie der einfach übertreibt, oder? Guck mal. Diese Augen auch. Okay, es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Es ist aber übelst witzig. Number 2, Pig. Nummer 2. Zu nice. Auch dieses Gesicht am Ende. Ich kann es gar nicht nachmachen. Und dann so am Ende. Guck mal, Achtung. Guck mal sein Gesicht, wie klein es er wird. Alter. Aber ich muss nochmal kurz den Enderman. Moment. Bitte dieses Gesicht, Junge. Dieses Gesicht. Davon muss ich irgendwie ein Bild machen oder sowas. Oh mein Gott. Macht mal bitte Dings. Macht mal bitte einen Screenshot. und markiert mich da drauf auf Instagram, okay? Okay, wartet. Wir machen jetzt hier so see no different, okay? Macht ihr das? Okay, folgt mir by the way auf Instagram. So, Achtung. Warte. Nee, in die Richtung muss ich. So. Nee, so ein bisschen. So. Okay. Leute. Das ist für die, für Instagram. Ihr wisst Bescheid. So. Okay, Alter, ist das ein Pixelbrei. Man sieht ja gar nichts. Kann man die Qualität hochstellen? Ist schon höchste Qualität. Alter, guck mal das hier an. Man erkennt ja gar nichts mehr. Was ist das? Guck mal, man sieht ja gar nichts. Egal. Okay, wir gucken weiter. Hä? 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 Okay. Oh, wie süß. Guck mal, was er für kleine, dicke Bäckchen hat. Oh, er hat eine eigene Minecraft-Welt. Das sehe ich jetzt erst. So ein kleines Hemsterchen oder sowas in der Art. Der hat so... Einfach so eine ganz dicke Backen. Süß. Sehr süß. Okay. Oh, was? Ja, true. Es ist einfach Baby Yoda. Es ist einfach so true. Oh mein Gott, Leute. Ich bin großer Mandalorian-Fan. Wer von euch schaut das auch? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh süß. Oh süß. Oh, wie süß. His mom. Everyone else at the Halloween party. Okay. Oh nein. Oh, wie ätzend. 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 Okay. Okay. Alles gut. Er hielt sich. Alles. Oh mein Gott. Wie ätzend ist das bitte? Oh mein gosh. Wie nervig ist das, Leute? Ihr seid so... Warte, guck mal. Ihr müsst es jetzt richtig fühlen. Fühlt den. Achtung. Er so... Oh, oh, oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh oh. Fast tot. Fast tot. Fast tot. Er versteckt sich hinten in der Ecke. Schnabuliert sich ganz schnell die Karotte rein. Die sowieso nicht so viel bringt. Geht gucken. Denkt sich. Oh, alles gut. Und dann... Dickes F, Leute. Dickes F. Hä? Okay, da ist einfach ein Typ, der sieht, wie der in der Hand gegen irgendwas Kleines kämpft. Ach so. Der hat einfach... Er hat einfach alle Dings nachgedingst. Er hat einfach... Äh, ne okay. Nicht alle, aber der hat so einen großen Teil von den... Von den Minecraft-Bildern nachgemacht. Warum hat er hier nichts an? Er hat da einfach nichts an. Er hat einfach kein Ober... Okay, alles klar. Er hat einfach kein Oberteil an. Oh ja. Das habe ich auch schon mal gesehen, sowas. Wenn er das da jetzt reinmacht. Wartet. Heira... Oh nein, das kenne ich gar nicht. Der hat einfach so Vögel jetzt auf den Arm. Wie cool. Achtung. Oh nein. Ich finde Vögel, beziehungsweise Papageien in Minecraft so nice. Das ist so nice. Ich hatte ja auch mal einen Papagei. Wisst ihr das eigentlich? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet. Für die ganzen Super-Ultra-Fans von euch da draußen. Die wissen das. Was mache ich hier gerade? Guck mal. Hallo. Na, ich zeige auf euch. Ist das nicht... Äh, egal. Okay. Das war wieder ein Moment, wo ich mich frage, was ich eigentlich gerade mache. Es tut mir leid an der Stelle. So. So. Rio. Rio. Oreo. Oreo. Rrrr. 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 Warum? Haha. Warum? Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ne. Leute, was zur Hölle? Oreo. Oh. Riii. Riii. Rrrr. Riii. Oreorio. Woraa. Rrrr. Huh. Hmm. My. Mm, mm, mm. That's my. Here we go. To me. Oh. Wie süß. Next week. Biene. Oh, wie süß. Einfach so eine kleine Biene gemacht. Oha, das ist wirklich mega putzig. Ich will auch sowas haben. Wer von euch kann sowas, schenkt mir mal sowas. Das ist mega süß. Oh, das wird laut. Jo, alles klar. Minecraft check. Ey, super stark. Okay. Ja, wie nice. Stellt euch mal vor, ihr würdet einfach so aus dem Fenster gucken, dann wäre das so. Das wäre schon chillig. Oha, yo. Wie fresh. Es ist ultra cool. Sau nice. Sau nice gemacht. Alles klar. Bedrock im... Hä? Er hat einfach den Bedrock abgebaut. Holy Capoli, man. FBI ist einfach vor der Tür. Ja, genau. Nur weil er einfach diesen Bedrock abgebaut... Oha, yo. Oha, yo. Wie aufwendig. Oha, krass. Er hat ihn einfach abgebaut. Minecraft Mobs. Schweine, Schleim, Wolf. Oh nein. Oh nein. Es ist true. Es ist so true. Wisst ihr auch warum? Weil hier ist erst ein Slime und wenn er ihn versucht wegzumachen, dann werden es halt mehreres. Aber es ist eine sauneiße Idee. Super nice Idee. Okay, da haben wir einen Eisengolem. Der ist, glaube ich, ein bisschen traurig. Warum bist du denn traurig? Hä? Er wird, glaube ich, gerne raus oder sowas. Aber ich habe es nicht verstanden. Er ist einfach traurig, weil er da in dem Käfig drin ist oder so. Dann lass den Arm doch da raus. Okay, äh, das verstehe ich jetzt auch nicht. Alles klar, äh. Hä? Hä? Okay, das ist es anscheinend gewesen. Okay, ich verstehe, das Ende verstehe ich meistens nicht bei den Videos irgendwie. Aber ich glaube, er ist halt hier so, er ist einfach traurig, weil er gerne frei sein würde. Aber warum ist der Eisengolem denn auch da drin eingesperrt? Das ist nicht, nicht nett. Okay. Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Das Ding hier muss ich mir nochmal ganz kurz anhören. Es ist einfach zu witzig. Ah, okay. Das ist es. Ey, Leute, falls ihr das Video sehen wollt, TikTok plus Minecraft ist gleich bla bla bla. Nummer 5 ist das hier gewesen. Falls ihr Bock auf mehr habt, wir sehen uns morgen wieder. Hau da rein, Leute. Und, äh, tschüss. Abonniert. Nee, abonniert. Nicht vergessen. Tschüss. 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 Tschüss.